hallo bei neugierrschaft wissen heute wollen wir die wirkung von brausetabletten bei vulkanausbrüchen und raketen nutzen für den vulkanausbruch habe ich mir erst mal ein döschen mit knete ummantelt dass es aussieht wie ein vulkanschlot dann brösel ich mir zwei brausetabletten in mein döschen das können vitamin brausetabletten sein magnesium calcium was ihr gerade da habt ich gieße wasser auf meinen vulkan und ich nehme rote lebensmittelfarbe und schon bricht der vulkan aus ihr könnt übrigens auch jede andere flüstige rote farbe benutzen wenn der erste vulkanausbruch vorbei ist dann könnt ihr mit etwas spülmittel einen weiteren vulkanausbruch hervorrufen einen schaumigen vulkanausbruch um den vulkanausbruch etwas bunter zu gestalten gebe ich noch etwas blaue lebensmittelfarbe dazu ihr seht aus der brausetablette eine menge luftblasen heraussteigen diese ganzen luftblasen die brauche ich gleich für meine rakete wie viel luft das ist das möchte ich erst einmal messen dafür gebe ich in ein schlankes gefäß wasser und eine brausetablette dann stülpe ich schnell ein luftballon über das gefäß um die luft die aus der brausetablette herauskommt aufzufangen das ist schon eine ganze menge was da rauskommt so viel luft erzeugt auch einen großen druck und den druck den nutze ich gleich bei meiner rakete meine rakete muss ich draußen starten lassen der raum hier ist zu niedrig ich habe mir aber schon hier mein filmdöschen vorbereitet und ausgeleert die tabletten brauche ich ja gleich und damit ich dann auch sehen kann wie die rakete startet habe ich mir an den deckel der filmdose kräuselband gemacht so kann ich besser sehen wohin mein deckel nachher fliegt ich werde dann gleich meine mein döschen hier mit wasser füllen nur ein bisschen und die tablette reinschmeißen den deckel ganz feste aufdrücken und ein wenig zur seite gehen oder mein röhrchen in der hand halten und zielen das geht auch mit hilfe der brausetabletten haben wir es heute geschafft dass ein vulkan ausspricht und rakete explodieren die brausetabletten können noch mehr beim nächsten mal werden wir auch noch feuerlöscher damit bauen wenn ihr es nicht verpassen wollt abonniert den kanal und wir sehen uns bei neu hier schafft wissen